Wir sind auf dem Zuchthof Hollen in Euthen bei Bremen. Diese Anlage hier, die wir besichtigen, hat die Besonderheit, dass in dem Tretmiststall Wärmetauscherrohre integriert sind und in die Betonplatte mit eingegossen worden sind. Die Wärmetauscher, die im Boden sind, laufen über ein Sohle-Gemisch zur Wärmepumpe und dort wird die Wärmepumpe für rund 300 Quadratmeter Wohn- und Bürofläche auf die Temperatur gebracht, die im Winter benötigt wird. Ebenso wird das Brauchwasser für die integrierten Wohnungen in diesem Bereich mit erwärmt und dadurch ist eine sehr hohe Ausnutzung der Stall- beziehungsweise Mistwärme auf der Betonplatte gegeben und die Anlage hat einen sehr guten Wirkungsgrad. Mein Name ist Günter Friemel, ich bewirtschafte hier in der Gemeinde Euthen einen Grünlandbetrieb mit 20 Zuchtstuten, ein Pferdezuchtbetrieb, der sich also mit Aufzucht, Zucht, Aufzucht, Ausbildung und dem Verkauf von Springpferden in erster Linie beschäftigt. Ein klassischer Grünlandbetrieb im Rahmen dessen natürlich und das war der Grund warum wir uns heute hier getroffen haben Mist anfällt, Pferdemist anfällt und das Thema Mist ist grundsätzlich in der Pferdehaltung ein großes. Es geht dabei um Arbeitskapazität, es geht um Lagermöglichkeiten, es geht um Arbeitsaufwand, es geht um Kosten, es geht um nachhaltige Nutzung in unterschiedlicher Form, Kompostierung, Düngenutzung und so weiter. Diesbezüglich haben wir uns heute Gedanken gemacht, es ist grundsätzlich für jeden Pferdebetrieb, egal ob das eine Pensionspferdehaltung ist oder ob das wie hier ein reiner Zucht- und Aufzucht- und Ausbildungsbetrieb ist, immer darum, sag ich mal den Aufwand und die Nutzen- und das Kosten-Nutzen-Verhältnis mit dem Pferdemist zu optimieren. Die Nachfrage diesbezüglich Verbesserungsmöglichkeiten in dieser Hinsicht ist sehr groß. Wir auf unserem Betrieb haben schon eine erste Mistnutzung in Form dessen, dass wir mit Festmist arbeiten, also mit Matratzen, Mistmatratzen, die nur täglich übergestreut werden mit trockenem Stroh und unten in der Betonsohle sogenannte Wärmeleiter haben, also quasi, da muss man sich vorstellen wie Wasserleitungen, die die Mistwärme speichern, weiterleiten an eine Wärmepumpe und auf diese Art und Weise wird der gesamte Betrieb losgelöst von irgendwelcher Nutzung von Öl und Gas mit der Wärme, der Fermentationswärme aus dem Mist beheizt. Es dreht sich dabei um drei Wohnungen, es dreht sich um das Warmwasser, mit dem wir die Pferde abwaschen, es dreht sich um eine Büroeinheit, um eine Frühstücks- und eine kleine Restaurationseinheit, die wir hier haben. Also wir müssen schon sagen, dass wir mit dieser Erstnutzung der Fermentationswärme aus der Mistmatratze gut zufrieden sind, wenn wir jetzt den anfallenden Mist hinterher noch in Form von Kompost nutzen könnten, also einer Kompostierungsanlage zuführen könnten und dadurch auch die Menge verringern könnten, was die Lagerkapazität und Lagermöglichkeit verbessern würde und dann eben die nachhaltige Nutzung als Dünger, dann wäre es ehrlich gesagt perfekt und um ein solches komplettes System haben wir uns heute gekümmert und uns Gedanken gemacht, wie das auf der einen Seite mit dem Heizungsbauer, auf der anderen Seite mit dem Lieferanten von Erdwärmepumpen und auf der anderen Seite eben mit den entsprechenden Anlagennutzern, so wie ich einer bin, in Einklang zu bringen sein könnte. Ein schwarzes Gold, das ist jetzt zwölf Monate alt, vollkommen durchkompostiert, das ein Schwall hat seine ganze Konsistenz verloren, aber das kann man zerbröseln, es ist vollkommen großfrei, es ist wasserschutzig und kann eben so auf die Flecken als Wirtschaftsfänger mit ausgebracht werden. Und das ist also das Ergebnis von dieser Kompostierungsmethode, die wir haben. Und aus dieser Kompostierungsmethode ziehen wir uns im Moment die Wärme über solche Wärmetauscher raus. Da läuft einfach nur Wasser durch und kommt mit 60 Grad an der Heizung an. Also in Wirklichkeit ist das nicht riesige Veränderung. Das ist hier in Anführungsstrichen erstmal mit den Gedanken verbunden, welche Arbeit auf meinem Hof muss ich anders machen, um die Wärme aus dem Mist rausholen zu können. Und da werden jetzt verschiedene Stellen über Ihr System, was Sie seit 2013 im Einsatz haben, gestolpert, gemacht. Warum holen wir das nicht lange aus den Mistkleidern aus, also aus dem Betraum? Und in dem her, verletzt es ja der Tränen ist nicht. Mein Name ist Uli Mahnkind von der Firma Mai aus Sittensen. Wir haben 2013 den Auftraggeber erhalten, die Haustechnik zu installieren. Auftraggeber war die Firma Portbau aus Sittensen. Das Besondere an dieser Anlage ist eine Wärmepumpenanlage, wo die Entzugsquelle der Mist in den Pferdeboxen ist. Die Wärme, die dadurch erzeugt wird, haben wir uns zu Nutzen gemacht, um das Gebäude zu beheizen und das Warmwasser aufzubereiten. Ganz wichtig ist, dass die Parameter eingehalten werden, die für diese Anlage wichtig sind, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Der Friemel von der Reitanlage hier ist ein Betreiber, der alle Parameter einhält und die Anlage läuft einwandfrei und beheizt das Gebäude sowohl in Form der Heizlast als auch die Warmwasserbereitung.